Hier müssen die Pulloverschweine mal her, ne? So, abgerasen. Vollschweine, ja. Ja. Zeichschweine sagen, glaube ich. Geht's Ihnen gut wieder? Wenn ich Feldbahn fahre, geht's mir gut. Ja. Aber wir sind ja gleich auf dem Pestland, da können wir ja eigentlich nur einen nehmen, ne? Ich glaube, die nächste Zeit werde ich ja erstmal nur Alkoholfreie getrunken. Was? Ja, das ist einer meiner guten Vorsätze. Vergiss es. Ne, 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 das geht nicht. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.